Mir schreiben manchmal einfach Leute, ob sie mir Sachen kaufen können, Geld schicken können. Und da frage ich, ob sie was halt dafür wollen. Pass auf, nicht erschrecken, ich blende mal ein Bild rein und du liest mal mal bitte oben den Satz vor. Welche Kerze brennt zuerst runter? Sehr gut, dankeschön. Und jetzt bitte die Frage beantworten. Äh, A. A brennt zuerst runter? Ja. Wieso A? Weil doch, das sind doch diese Kerzen, die unten eh schon wachsen haben, oder? Hä? Es gibt doch keiner, ne? Ich sag dir ehrlich. Oh! Nein, Emil, hör auf! Wer dich gibt, der ist bodenlos verloren, jetzt ehrlich. Wer skippt dich denn? Gefühlt jeder. Hä? Ist Rift Zone schon am Start heute? Hast du den gesehen? Ja, Rift Zone. Rift Zone? Hm, nur dieser Kumpel nie jetzt mal da. Boah, tut mir leid, aber von dem halte ich nichts, ne? Sind wir mal gespannt, Chat, ne? Ob sie das hinkriegt. Scheiße, was ist denn da falsch? Ja, das ist immer das Ding, ne? Das hat der junge Mann, der sich das angeguckt hat, der hat sich das auch überlegt, was da falsch ist. Siehst du das nicht? Wo der Fehler ist? Jetzt noch mal in Ruhe, jedes einzelne Wort durchgehe ich. Ja, ich bin ruhig. Es liegt wahrscheinlich nicht mal an dem Wort. Nö. Kannst du mir sagen, wie viel ist 30 geteilt durch ein Halb plus 10? 30 geteilt durch ein Halb, das ist geteilt oder multipliziert? 30 geteilt durch ein Halb plus 10? 25? Sehr gut. Das ist zwar falsch, oder? Natürlich ist das falsch. Ha! Ja, dann B, oder? B? Ja. Gut, ich hab dir gerade gesagt, zu 50% kriegen die Leute das ja nicht hin, ne? Ja. Und zu 90% kriegen die Leute das nicht hin, nach der ersten falschen Antwort die richtige Antwort zu sagen. So wie du jetzt. Oh Gott. Also A und B? Pass auf, A und B ist falsch, ne? Okay. Okay, jetzt haben wir ja noch C und D. Dann, dann, dann nehme ich D. Der Fehler ist das kein Fehler. Nein, 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 nein. Also da haben, viele haben so kommentiert, dass der Fehler wird, was hat da einer reingeschrieben? Der wird klein geschrieben, aber es macht ja keinen Sinn, weil da oben ja alles groß geschrieben ist, ne? Das weiß ich ja jetzt nicht. So an den Monaten, siehst du da was, oder? Ja, die sind ja alle richtig, eigentlich. Ey, das ist offensichtlich, ne? Nein, nein, das ist, pass auf, guck mal, ne? Der Chat weiß das ja schon, also ein Zuschauer hat mir das geschickt, ein Moderator, und meinte so, Juni, probier das mal aus. Und die schickt mir das ja immer, und die sollen mir das ja selber privat angucken, bevor ich das ja nehme. Und dann, meine Antwort war, da gibt's keinen Fehler. Das war meine Antwort. So, wenn wir jetzt mal da drüber gucken, wir gucken uns jeden Monat an. Okay. Ähm, also, angeblich ist hier, ähm... Na? Und natürlich auch ohne Koffein, checkt das gerne ab, Leute. Und jetzt, gerne noch ein Like da lassen. Weiterhin, viel Spaß mit dem Stream. Das ist falsch, oder? Wenn du das fragst, sag mal. Ne, warum ist das denn? Aber 30, ja, was wäre die Lösung? 70. 70, dann rechnen wir, warum? Ja, aber 30 geteilt durch 0,5. Wie oft passt die 0,5 in die 30? Ah, ja, okay, weil geteilt, ja. Ja, gut. Plus 10, ne? Ja, merke ich schon mal. Wie oft kann man die 1 von der 20 abziehen? Was? Wie oft kann man die 1 von der 20 abziehen? Ach, Bruder, ist... Digga, es ist 9 von 0. Ja, weiß ich. Keine Ahnung? Ja, nee. Einmal, weil dann kommt ja die 19, ne? Also, ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Angeblich ist hier, ähm, bei einem Monat ein Buchstabe mit einer Zahl vertauscht worden. Angeblich. Ja. Zeig mal nochmal. So, bitte. Nee. Nein? Keine Ahnung. Wie geil das war. Nee. Okay, okay. Pass auf. Oktober ist eine 0. Ja. Das ist angeblich der Fehler. Daran liegt es. Aber bis... Guck mal. Jetzt können wir die Emily mal fragen. Du bist auch der Meinung, dass das nicht aussieht wie eine 0, sondern wie ein O, ne? Ja, eigentlich schon. Ich meine, das sind ja eh alles Internetbilder. Ich hab das ja nicht entworfen. Aber ich bin da auf deiner Seite, was auch viele meinen, das O ist keine, ähm, ist keine 0, sondern für mich ist es ein O. Also, wenn du mal eine Story postest, äh, weiß ich nicht, alle zwei Tage seh ich irgendwie irgendwas, ein armer Hund, der, der zu dünn ist, der am Verhungern ist oder ein Babyhund, dem man helfen soll oder sowas. Wo findest du denn die Bilder immer? Na, ich folge doch so einen Seiten, wo ich spende und dann mach ich das gleich da. Wie viel hast du so gespendet bisher? Schon über 500. Über 500 Euro aus eigener Kasse? Ja. Das ist eine starke Aktion, jetzt ehrlich. Ich sagte ja, keiner von meinen Zuschauern hat irgendeine Organisation schon mal 500 Euro gespendet. Deswegen. Das ist schon wichtig. Woher nimmst du das Geld? Ich krieg ja ab und zu von Leuten einfach was zugeschickt. Und das nehme ich dafür mal. Warte mal, warte mal, die Leute schicken dir Geld? Ja. Also jetzt für die. Warum kannst du mir so viel Parfüm kaufen? Ja. Emily, das flägt mich gerade. Wieso kriegst du einfach so Geld geschickt? Mir schreiben manchmal einfach Leute, ob sie mir Sachen kaufen können, Geld schicken können. Und dann frage ich, ob sie was halt dafür wollen. Und dann sagen die nein. Ja, ja. Und wenn die sagen nein, natürlich nicht, Emily, dann sagst du her mit deinem Geld. Ja. Nee, ist gut nicht so. Es gibt da ja wirklich so eine Masche, dass die Leute, also ich kenne das ja, was du meinst, dass die dich halt anschreiben, die dann halt anbieten. Ich so, hör mal, kann man dich irgendwie unterstützen? Kann man dir was Gutes tun? Und, Moment. Matze, danke. Und die dann halt am Anfang, die ja jetzt, keine Ahnung, die schicken dir 50 Euro, aber dann hätte ich irgendwie Angst, dass die die in zwei Wochen nochmal schreiben. Aber dafür was wollen, dieses Mal. Aber du kannst ja trotzdem sagen nein. Ja, ich kenne die Leute jetzt mittlerweile, die mir was schicken. Wie, du kennst die? Ja, ich schreibe mit den meisten schon, also ab und zu schon mal, weil, ist ja nett. Die sind ja jetzt nicht über 50 oder so, das sind so anfangs 20-Jährige. Also, wir haben vier Kerzen, eine davon ist zu 100% richtig. Du hast am Anfang genommen A, war falsch. Dann hast du genommen B, war leider auch falsch. Okay. So, jetzt hast du ja natürlich noch 50-50, ob es richtig ist oder falsch. So. Bevor ich dir jetzt sage, ob du richtig lagst oder nicht, möchte ich gerne von dir wissen, was passieren muss, damit eine Kerze runter brennt. Die muss brennen. Die muss brennen. Dann zeige ich dir nochmal kurz das Bild. Und denk dran, du warst ja bei D, ne? Die brennt ja gar nicht. Okay, also, beste Kerze brennt zuerst runter. Ja, C. Guten Morgen. Guten Morgen, Mann. Oh Gott. Wieso hast du das nicht gesehen? Hey, sag mal ehrlich, was ist da los? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal.